Ich unterstütze Wir sind mehr. Denn nur gemeinsam in Solidarität finden wir die Antworten für die großen Herausforderungen unserer Zeit. Sei es der Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus, sei es der Schutz vulnerabler Gruppen in der Corona-Pandemie, sei es die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen oder auch der Einsatz für künftige Generationen im Kampf gegen den Klimawandel. Solidarität ist die Antwort für eine Gesellschaft, die eine Zukunft haben will. Untertitelung des ZDF, 2020